So, sehr schön. Jetzt hab ich... Jetzt brauch ich doch... Was Sie jetzt brauchen, ist Ruhe. Aber ich muss doch noch so viele Geschenke... Schön von zu Hause aus im Internet kaufen. Im T-Online-Shop. Wir haben ganz tolle Geschenkideen. Ganz ohne Stress. Eieiei, eiei, eiei. Und ohne jemand anzustecken. So, das machen Sie jetzt mehrmals täglich und dann kommen Sie in ein paar Tagen wieder bei mir vorbei. Okay, danke, ja. Neumann, der Verkäufer, dem die Kunden vertrauen. Die Geschenkideen bei T-Online. Rund um die Uhr bestellen. Ho, ho, holst ihr.